Nehmt mal deine zwei Hände, bitte. Junge, was geht? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geil! So läuft das. Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Chedlo oder Omegle Brands. Wir gehen heute nochmal eine ganz gediegene Runde auf Chedrolette oder Omegle und suchen uns ein paar richtig krasse Dudes raus. Und ja, checkt einfach, was zusammenkommt. Ich bin gespannt und dann würde ich sagen, bis gleich. Es geht, bro. Ich live auf YouTube, willst du jemanden grüßen? Ich würde gerne meine Mutter grüßen und meine Oma. Meine Mutter grüßen? Ja. Leute, ihr habt es gehört, er grüßt seine Mutter und seine Oma. Liebe Grüße an meine Mutter und meine Oma. Ich habe euch ganz toll lieb. Cool. Okay, das ist ganz toll lieb. Das finde ich super, sehr sozial von dir. Klasse, Alter. Ich habe jedenfalls wieder ran. Ich habe meine Mutter trotzdem gefehlt. Was eine Missgeburt, Alter. Ich werde ja sitzen gerade da und lacht sich direkt und fühlt sich so, gell, so wie Schubbigen, wie... Oh, nein. Immer klein. Nein, nein. Ey, weißt du, bist du das? Digger, der Mikrofon übersteuert überhaupt gar nicht. Ey, weißt du, bist du das? Hey, mein Junge, zählte mal dein Ei, Alter. Nein, nein, nehmen wir deine zwei Hände, bitte. Junge, was geht? Oh, mein Gott! 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 Mach mal leise, Alter, was geht? Ihr seid schon geil, Alter. Was geht? Was geht bei euch? Warum macht ihr Chatroulette an und chillt woanders? Was? Weshalb, man? Eigentlich, unser Kollege... Der geht halt nach. Jaaa... Der will immer ein Mädchen klar machen, aber der ist jetzt weg. Oh mein Gott, Alter. Ich wette, euer Kollege ist... Ich sag noch das, aber... Nein, nein, kann nicht sein. Ich wette, euer Kollege ist einer, der abends da sitzt und sich herunterholt, oder? Jaaa... Was es Neues gibt in Deutschland? Ja, ja. Ja, also... Nebelnik knackt bald 300.000 Abos. Schon gewusst? Und... Für die Syrien. Ganz genau, das ist geil, auf jeden Fall. Freut mich auch. Ganz genau. Jaaa... Du bist echt süß. Da stehst du drauf, oder? Jaaa... Geil! So läuft das! So meine Freunde, das war's von dem Chatroulette oder Mekle Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über... 15 Likes freuen. Nein, keine Ahnung, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei meinem nächsten Video. Macht's gut, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.